Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mage und wir joinen direkt auf den Server, denn es ist heute eine tagesaktuell produzierte Folge und ich hoffe, dass wir einiges geschafft bekommen. Ich möchte heute Dungeons looten gehen und die Leute, die gestern bei Skate im Stream dabei waren, verwundern sich jetzt, hey, warte mal, das ist doch eine ganz andere Folge für heute angesetzt. Ne, die kommt morgen, übermorgen und überübermorgen, wir haben nämlich gestern drei Folgen live im Stream von Skate aufgenommen, mit Skate und Flocke und müssen die aber so schieben, dass die natürlich auch geschnitten werden können und deswegen habt ihr jetzt hier einmal den Fortschritt von Skate im Stream gesehen. Heute Abend übrigens, wenn diese Folge rausgekommen ist, wird es ebenfalls noch einen Stream geben, dementsprechend seid gespannt und kommt zu uns. Und Skate wird online sein, Flocke wird online sein und ich werde online sein, ihr könnt euch aussuchen, zu wem ihr gehen wollt. Einfach mal unten in der Videobeschreibung bei Twitter nachgucken, wem von den ganzen Leuten ihr denn am liebsten folgen wollt oder ihr könnt auch allen folgen. Sind, wie gesagt, alle Leute immer unten verlinkt bei uns, dementsprechend kein Problem für den Mietekotter. So, wir müssen ein bisschen Zeug wegpacken. Dat weg, dat weg, dat weg. Ich war gestern noch ein bisschen gassi und habe Sachen gesucht. Unser Rapier ist noch funktionsfähig, das ist doch schon mal gut. Wir haben unser Backpack dabei und ein Boot für den Fall der Fälle. Wir sind auch gerade noch ganz tough, weil wir krass sind. Wir könnten ganz kurz vorher schlafen gehen, damit wir nicht alle Mobs triggern in den jeweiligen Spawnerkammern. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und, wupp, da ist es. Wunderbar. Diese Folge heute ist wieder tagesaktuell produziert. Ich freue mich wie immer über jedes Kommentar, das geschrieben wird, wenn es irgendeinen Sinn hat. Das bedeutet, äh, ähm, Husten. Ich denke, das beste Kommentar ist immer, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll. Und man will unbedingt irgendwas schreiben, um zu signalisieren, dass man Kommentare schreiben kann. Ist Fischis für Katze immer ganz toll. Ich mag Fischis. Das ist immer nice. Ähm, da geht's runter. Hello, mein Name ist Katze. Ich würde hier gerne unten irgendwas Cooles finden. Irgendwas, was mich nicht sofort versucht umzubringen? Gibt's das hier? Ich fürchte nicht. Okay. Wir sind in einem Big Dungeon. So wie es aussieht. Äh, diese Dungeons sind relativ gefährlich. Oh, okay. Er greift direkt an. So, okay. Den haben wir mal gemacht. Kein Problem. Das ist meine Toughness, die jetzt weg ist. Da hatte ich nämlich mehr Herzen gerade. Wunderbar. Äh, wir legen uns Fackeln aus, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Okay, hier geht's weiter. Okay. Das ist doch nett. Hey, da sind Fischis drin. Wenn man von Fischis redet. Ey, brutal. Wenn man von Fischis redet. Und ich glaube, hier dahinter waren immer in den Kammern... Oder war das erst tiefer? Ich glaube, erst tiefer war das. Okay. Das bedeutet, das ist noch alles machbar. Ähm, dann führen wir die Fackeln in diese Richtung weiter, damit ich weiß, in welche Richtung ich zurück muss. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. So, die nehmen wir auch ganz kurz mit. Du machst nämlich ein schön gleichmäßiges Licht. Das ist immer gut für irgendwelche Thumbnails oder sowas. Und dann passt die ganze Geschichte. So, hier müssen wir nicht weitergehen. Bedeutet, wir machen hier ganz kurz einen kleinen Pyloten rein. Und dann geht es hier weiter mit der gleichen Situation. Wir kommen von dieser Seite. Also markieren wir, dass wir von dieser Seite kommen. Und ich hoffe mal, was dort funktioniert. Und da vorne ist direkt ein Spawner. Den triggern wir gleich. Oh, das ist auch noch ein spezieller Zombie-Pigment-Spawner. Den sollten wir wirklich nicht allzu lange ungetriggert, äh, ausgeleuchtet lassen. Entschuldigung. Das hätte vielleicht schief gehen können. Aber alles gut, alles gut gerade. Da ist ein Skeletti. Noch kurz markieren, damit ich es nachher nicht verliere. Wo sind meine Fackeln? Da sind meine Fackeln. Oh, das ist ein großer Forstgegner. Nass, aber hilfreich. Okay, doch nicht hilfreich. Okay, die können mich einfach umbringen. Äh, Dankeschön. Wir müssen trotzdem noch verhindern, dass die näher kommen. Deswegen machen wir so. Wie lange geht der Effekt? Über 60, äh, 30 Sekunden. Okay, wir sind hier raus. Über 30 Sekunden lang werde ich mir gerade das nicht antun. Dann düse ich lieber davon. Jetzt müsste ich eigentlich die 30 Sekunden abwarten, weil oben könnte Nacht sein. Aber wir haben gerade eben erst, äh, Tag gemacht. Genau. Das bedeutet, das ist nicht das Problem. Und es ist auch kein anderer Online, der uns umbringen könnte, One-Hit. Also von dem her alles super. Ähm, wir dürfen nur in nichts reinlaufen, was uns irgendwie Schaden machen kann gerade. Und dann sind wir eigentlich ganz glückliche Katzen. So, da ist unser Gift vorbei. Wir können wieder was essen. So. Dann machen wir halt gerade mal hier kurz ein bisschen Party. Und dann gehen wir gleich wieder runter. Ähm, wir sollten irgendwie Milch organisieren. Milch wäre vielleicht gar nicht so unwichtig bei solchen Situationen wie Vergiftungen. Ähm, wir haben auch ein paar Potion Bags. Die könnten wir auch noch verwenden. Ich habe gestern noch Zuckerräumen-Stream gefunden. Und, äh, Bücher in einem Dorf. Und wir wollen heute Abend im Stream auch ganz gerne in einen Dorf reingehen. Deswegen, äh, ja. In einen, in einen, äh, in eine große Stadt. Vielleicht finden wir ja noch mehr als eine große Stadt. Oh, da ist mein Boti. Nice! So, und das ist das, was wir überschüssig haben momentan. Den brauchen wir nicht unbedingt in den Teil. Obwohl, können wir den hier platzieren? Ja, den können wir hier platzieren. Cool. Gut. Und dann, ähm, hier rechts klicken. Dann haben wir das nämlich alles ab, rap, 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 rap baut. Okay, da links oben werden uns irgendwelche Debug-Infos angezeigt. Auch interessante Wahl, wenn ich das mal so sagen darf. Hier sind Berries. Ich glaube, wir sind voll. Kann das sein? Könnte es sein, dass wir voll sind. Hier ist ein bisschen Cotton. Das ist auch nicht schlecht. Einmal komplett alles abgeerntet. Schön. Ja, wir sind voll. Jetzt kommt man ins Packpack ins Spiel. Wo wir einfach Zeug reinlegen können Ich glaube, das sind diese Cherry Bombs auch Ne, das sind normale Strawberries Okay, wunderbar Das sind Cherry Bombs, glaube Sind das Cherry Bombs? Ich weiß es gerade nicht, egal Das kann weg, das kann weg, das, 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 das Das, 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 das Was ist denn in der Schaufel drin? Efficiency und Unbreaking, okay That's wundervoll Okay Äh, ein Cookie, mein Cookie So, ne Potion Bag haben wir ebenfalls noch Wir könnten mal diese ganzen Potion Bags und so öffnen Und gucken, ob wir da noch irgendwas rauskriegen, was wir benutzen können Um, äh, so ne Vergiftung entgegenzuwirken Was haben wir denn hier? Night Vision und Redstone Das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt gerade im Mind hatte Ähm, Schildi gibt's auch noch Ja gut Ähm, Schildi muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen gerade Gäbe auch noch einen Iron Battle Axe Ah Could be interesting, my friend It could be very interesting Nur damit kannst du nicht spammen Damit kannst du leider nicht spammen Ja gut Das weg Ähm, die Potion of Night Auch weg Und dann würde ich sagen, wir gehen wieder vorne in unseren Dungeon rein Haben wir noch Kohle? Wir haben doch bestimmt noch mehr Kohle irgendwo Äh, leider gibt's hier diesen Schnellsuchbutton nicht Sonst würde ich den benutzen Da ist Kohle Okay, wunderbar Dann brauchen wir noch allgemein ein wenig Sticks Und ein wenig mehr Holz Dankeschön Das ist wieder ein Vollert-Crafting-Table Der wurde alles drin gelegen gelassen Aber ein bisschen aufräumen kann man hier auch mal, ne? Mots, Mots, Katze So So, dann haben wir fast zwei Stacks Fackeln wieder Und wir haben keinen Platz mehr, um die wegzulegen Das ist natürlich super So Das hier funktioniert Wir sollten vielleicht ganz kurz Wenn wir sowieso noch hier sind Ganz kurz ein Iron Ingot mitnehmen Übrigens, wer sich das fragt Wie ich das mache Mit dem Sachen rausnehmen Ohne dass ich draufklicke Oder einzelne Sachen rausnehmen Äh, ich muss Silber nehmen Fällt mir gerade auf Ich muss Silber nehmen Ähm Das ist Mausrad drehen Mit Inventory Tweaks Oder mit bestimmten Inventory Mods Kannst du Sachen rausnehmen Wenn du das Mausrad drehst Ähm Und da einzelne Sachen rauszunehmen Das spart einem eine Menge Zeit Deswegen tue ich das eigentlich regelmäßig Aber ja Haben wir hier noch Silber drin? Ich glaube nicht Silber? Irgendwo Silber Ich hab's bestimmt jetzt schon wieder irgendwo übersehen Das sah noch Silber Nuggets Ne, jetzt sind Iron Nuggets aus Heiliger Bim Bam Bim Bam 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 Ich fürchte fast Wir haben kein Silber da Was für uns natürlich jetzt der Super-GAU wäre Weil wir müssen eigentlich reparieren Und wir sind ja dann mit einer Folge Und suchen die ganze Zeit nur in irgendwelchen Sachen nach Silber Darf das denn sein? Essen Random Okay Also Silber gibt's gerade nicht Gut Dann wird der Rapier gerade nicht repariert Ray pariert So So Wir sind angekommen Kein Problem für uns So In die Offhand nehmen Rapier in die Onhand nehmen Ist das überhaupt ein Wort? Onhand In die Haupthand Nicht Onhand Und jetzt müssen wir gucken Jetzt sind mittlerweile die Skelette wahrscheinlich auch gedespawnt Die wir da gerade eben hatten Und dann können wir den Spawner da unten kurz ausleuchten Ah der da Okay Ja Den können wir ausleuchten jetzt So Dann können wir nämlich hier looten Das ist nämlich ganz wichtig eigentlich Dass wir solche Sachen hier looten können Okay Bedeutet Diesen Teil hier haben wir komplett fertig Bedeutet Wir nehmen ganz kurz dich mit Und dich mit Und benutzen ganz kurz dich hier Warum hatte ich da noch Pink Diei drin liegen? Das war ein schöner Bug Fertig So Dann brauchen wir dich Ah cool Iron Pickaxe Upgraded Einfach um den Weg nach außen wieder zu finden Das ist ein Schalter Da müssen wir gleich gucken Was der Schalter für uns tut Hier sind definitiv die Spawner irgendwo hinter den Ecken Glaub War das hier irgendwo? Ich bin mir fast sicher So Komm her Komm 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 Ja So wird Gekämpft Stärketränke Ne Das ist ein Medical Tincture Okay Dann ist das eine Medical Tincture Was auch immer das bedeuten soll Für uns gerade Ich glaube hier können wir uns gerade sowieso nicht verlaufen Ich will es jetzt nicht callen Was ist denn hier dahinter? Bevor ich jetzt hier irgendwas triggere Einzige Möglichkeit wäre Dass da oben drauf noch was liegt Ja Eine Fackli Das ist der Lichtschalter oder was? Wie hier oben Cool Nehmen wir mit Können wir als Element brauchen Ja das brauchen wir nicht unbedingt Aber Das können wir auf jeden Fall brauchen Eine Wunden Pickaxe brauchen wir in dem Zusammenhang Aber nicht Das ist doch cool War hier gerade eine Ne Ich dachte gerade wäre eine Eisentüre Das hat mich getäuscht Entschuldigung Ähm Okay 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 Verdachten sie sich gerade auch so Lull Ich bin eine Mietzekatze Hallo Schön dass ihr Spaß mit mir haben wollt Na geht's euch gut? Ich bin übrigens Katze by the way Und dein Schild hilft dir Ein Scheißdreieck gegen meinen Rapier Und das sind fancy spawnende Zombies Das muss man mal sagen Ähm Und wir haben es vor dem Spawninterbeil geschafft Wunderbar Cobblestone Bisschen Knochen Ähm Ich nehme wie gesagt mal kurz alles mit Goldnugget nehmen wir natürlich auch mit Was wir dafür da lagen sind Stonebricks Stonebricks brauchen wir nämlich gerade nicht Hier oben müssten auch noch wieder Äh Okay Das bedeutet der hier hat irgendeine andere Funktion gehabt Wo war deine Funktion hingeaimt? Er geht weiter nach oben So wie es aussieht Oder das waren einfach wirklich beidseitig so Sachen Die dann äh aktiviert werden können So wir müssen ganz kurz Sachen aufnehmen Bedeutet wir nehmen das hier rein Wir nehmen diese ganzen unstackbaren Sachen rein Soulbound ist wichtig Wenn wir was disenchanten können Später durch irgendwas Ähm Ist Soulbound vielleicht gar nicht so unwichtig Holy Äh highly durable Sharpness 1 Unbreaking 3 Und Mending Ist auch ein Enchantment Das wir gut brauchen können Ich glaube Bibliocraft ist drauf Das weiß ich gerade nicht safe Aber damit können wir auf jeden Fall Enchantments ähm Erhöhen Verdoppeln Und kopieren Also wir können auf jeden Fall Enchantments generieren Und das ist gar nicht so unwichtig Wenn ich mich nicht täusche So wir sollten hier nicht weiter AFK rumstehen Wir sollten hier äh Zubauen Und dann glücklich werden damit So Also wo geht's weiter Hier haben wir zugemacht Hier haben wir zugemacht Das bedeutet Hier haben wir auch wieder alles zu Dann bauen wir wieder zwei davon ab Und dann gucken wir mal Wie viel Zeit haben wir noch Zwei Minuten Reicht uns das für den nächsten Teil Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Ob uns das reicht Aber wir haben immer noch Toughness Ich weiß nicht wo wir den Effekt her haben Aber cool Auf jeden Fall cool Okay da die Seite fehlt uns noch Er kommt jetzt gleich auf uns zu Gerannt In drei Zwei Eins Okay er kommt nicht Er will lieber spielen Das ist nett von ihm Cool So Dich brauche ich mal ganz kurz Dankeschön Ähm Kurz was futtern Damit wir nicht verhungern Und Hier sind Türen Okay wir müssen erstmal Da vorne ausleuchten Das Gute ist Dass die Viecher uns halt Gar nichts können Mit einem Rapier Wir werden gefährlich Weil sie Rüstungen tragen Die auch enchanted sind Aber Mit einem Rapier Lachen wir darüber So Der Rapier Macht uns hier Problemlos Alles frei Sopa So Zombie Ei brauchen wir nicht unbedingt Beziehungsweise dieses Leatherding Brauchen wir nicht Der Zombie Ei wird wahrscheinlich Irgendwo wieder gebraucht werden Ähm Da waren Türen Wir sollten mal ganz kurz Durch die Türen durchschauen Ähm Das sieht sehr vielversprechend aus Das sieht ja super vielversprechend aus Das sind Sachen die wir looten sollten Noch Leute Ein super Fund Ich muss euch das mal ganz kurz ausleuchten Damit ihr das nachher auf dem Thumbnail Auch besser seht Oh geil Diamonds Diamonds Okay Wir brauchen definitiv eine Menge Ähm Das da kann weg Das da kann weg Ähm Die zwei Sachen sind ebenfalls noch machbar Das Downsert brauchen wir zum Beispiel gar nicht Auch diese Lederhose hier brauchen wir gar nicht Die anderen Sachen brauchen wir nur Weil sie enchanted sind Ähm Zombie Ei können wir jetzt auch kurz weglegen Iron Bars können wir zwar einschmelzen Ist aber für uns gerade irrelevant Genauso wie Holz Holz können wir relativ schnell farmen Wir müssen gerade alles weglegen Was wir nicht dringend brauchen Denn wir wollen auf jeden Fall hier alles mitnehmen Ähm Fackeln können wir so mitnehmen Das hier Diamanten Wundervolle Geschichte Alles super Einen Anvil Den wir auch mitnehmen können Ne bitte nicht zu mir kommen Wieder Das ist nicht so das was ich will So hier ist auch noch Nether Egg Nether Egg ist auch eine coole Geschichte Aber das am allerbesten ist hier halt diese Hopper Anlage hier Die Hopper sind für uns da relativ interessant Und wir haben eine Art Magneten an Das ist cool Ich weiß nicht ob wir Potatoes haben schon Ich würde die Potatoes ganz gerne mitnehmen Wenn ich ehrlich bin Bedeutet wir schmeißen das hier mal weg Das können wir uns so craften Das hier ist auch nur ein bisschen Holz Äh Das hier ist ein Eisen Das hier können wir auch wegwerfen Das können wir auch wegwerfen Ähm So Das alles kommt weg Das alles kommt mit Schön dass das hier alles drin ist Ähm Müssen wir das ganz so machen Das sind ganz normale Kisten Da ist glaube nichts drin in den jeweiligen Kisten Das bedeutet die können wir da lassen Da sind nur die Öfen drin Bedeutet Kisten da rein Und Öfen mitnehmen Öfen mitnehmen So Oh das wird glaube ich gerade eine etwas überlängere Folge Egal Wir sind noch bei 16 Minuten Das passt alles wunderbar Ähm Die andere Seite müssen wir auch natürlich kurz angucken Hier brennt noch was Da ist Kohle drin Wundervolle Geschichte Ich mag Kohle Hier ist noch ein weiteres Gedöns Äh Fischies Fischies sind wichtig Diamond Eggs Alles wunderbar Ähm Zwei Gucken wir mal gerade was wir alles frei weglegen können Alles nicht stackbarer wird weggelegt Oder du bist zum Beispiel was was nicht stackbar ist Du bist was was nicht stackbar ist Davon haben wir zum Beispiel auch nur eins Ähm Das hier ist was nicht stackbares Das hier kann weg Das hier kann weg Das hier kann weg Das kann weg Das kann weg Ähm Dich nehmen wir mit Ja es ist schon wieder der Fall Dass ich hier Sachen wegschmeiße Und sie direkt wieder aufnehme Das ist natürlich bitter Das hier kann weg wie gesagt Auch das hier So alles in die Ecke schmeißen Danach Kann auch das hier weg Fällt mir gerade auf Das hier haben wir schon drin Furnaces können wir noch reinlegen Genauso wie die Hopper Ähm Oh die Fishies nehmen wir trotzdem mit Ich hab ne Schwäche für Fishies Ich hab ne Schwäche für Fishies Menschen Aber ich glaube das war's schon Was wir hier alles rausholen konnten Es gibt da hinten aber noch weiter Ähm Lasst uns dann mal ganz kurz um die Ecke gucken Einfach nur um zu sehen Was denn da vorne noch ist Da geht's nämlich noch weiter runter Okay Bedeutet das hier ist der Weg Den wir offen lassen Denn es geht hier weiter runter Coole Geschichte Gute Sache So Jetzt düsen wir wieder nach Hause Und versuchen die Sachen mal noch kurz abzugeben Beziehungsweise Wir loggen uns nur in unserer Stadt aus Da haben wir nämlich die Möglichkeit Nicht eingebaut zu werden Sonst gibt es ja die Möglichkeit Dass irgendjemand sagt Okay Er baut uns hier jetzt ein Weil hier kann er bauen Und bringt uns dann um Und das wäre nicht so nett Das Reagan Ronald Reagan Dann lassen wir das lieber sein Nicht So Da vorne geht's zu uns nach Hause Slimesling Und Perfekt das Land getroffen Wunderbar Und das Wasserloch Das war nicht der Plan So Wundervolle Geschichte Wir können hier hin Und Leute Dann würde ich sagen An dieser Stelle Tschüss Ich danke euch fürs Zuschauen Bei dieser Folge Wir sehen uns beim nächsten Video Macht es gut Und auf jeden Fall Erst einmal Tschau Prrrarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Untertitelung des ZDF, 2020